Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West, Burning Shores und dem Beagle. Ihr seht es vielleicht anhand meines Rückens schon. Ich habe die blasse Blüte gefunden. Und jetzt, ähm, schaut mich an. Wenn es geht. Ja, Moment, Dude. Bitte hör auf. Sieht doch gar nicht schlecht aus, ha? Damit laufe ich jetzt erstmal rum. Ähm, ich sehe zwar auch so ein bisschen aus wie so ein, ähm, wie heißt's? Ich sehe so ein bisschen aus wie ein, ähm, na, wie heißen die? Mauer. Hemmwär. So. Du bist es. Ich? Ich weiß nicht, ob du mich noch kennst. Doch, ich kenn dich. Aus der Auferstehungshalle, ja. Du warst nicht so überzeugt von Londras Botschaft. Ja? Und danach wurde es noch schlimmer. Nachdem du aus dem Bunker warst, stürzte alles ins Chaos. Die meisten von uns schnappten sich irgendein Boot und kamen hierher zurück. Aber dann tauchte Pirik auf, einer von Walters Schläger. Mit seinen Männern trieb er uns alle zusammen. Ich konnte nichts tun. Sie haben meinen Freund Len erwischt und mitgenommen. Bitte. Suchst du nach ihm? Der Admiral hat nicht genug Männer für eine Suche. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, war Len begeisterter von Londra als du. Len hatte es schwer bei der Expedition. Er wäre fast ertrunken bei dem Sturm. Und als wir auf Grund liefen, wurde er sehr krank. Wochenlang lag er nur da und konnte kaum atmen oder sich rühren. Ich glaube, ihm kam es vor, es bühte Walter alles. Lebensmittel, Trost, Rettung. Alles Illusion. Wirkte aber real. Eine Zeit lang. Was ist genau passiert, nachdem ich Londras Bunker verließ? Im Lager herrschte Chaos. Du hattest Zeph getötet und nur er stand in Kontakt zu Walter. Als Brenig uns dann sagte, Walter wäre fertig mit uns, waren wir verloren. Ein paar von uns suchten nach Booten, weil wir dachten, wir könnten nur noch hierher zurückkommen. Da kamen Pirik und seine Schläger und trieben alle zusammen. Bevor ich wusste, was los war, hatten sie Len geschnappt. Ich hätte nicht gehen dürfen. Aber Pirik und seine Männer waren rasend. Sogar brutal. Fortzugehen war richtig. Es hätte Len nichts gebracht, wenn du verletzt wirst. Weiß nicht. Kann sein. Wo hast du Len zuletzt gesehen? Am Ufer südlich des Bunkers. Ich war auf dem letzten Boot, das entkam. Pirik und seine Männer griffen an, als wir ablegten. Wir schaffen es gerade so. Wer weiß, was sie Len angetan haben. Bitte. Finde ihn für mich. Ich tue, was ich kann. Deine Hinterlassenschaft. Nun denn. Wo müssen wir denn hin? Oh, ist das da, wo ich die Pflanze gefunden habe? Nee, nicht ganz. Weil ich habe extra mich auf die Suche nach dieser blassen Blüte gegeben. Da muss Otoso Lern zuletzt gesehen haben. Vielleicht alle scheinen den Korn zu sein. Ich sehe mir die Leiche mal genauer an. Laut Otoso haben ein gewisser Pirik und sein Trupp den Rest der Korn zusammengetrieben. Der hat sich wohl gewehrt. Ich muss sie finden. Mein Fokus kann helfen. Die Korn haben Vorräte verladen. Es muss eine Panik gegeben haben, als Pirik auftauchte. Offenbar hat Pirik die Evakuierung in ein Lager befohlen. Mit Anweisungen für Nachzügler. Westlich durch die Zähne der See. Dann vorbei an der Riesenstahlschlange, die das Wasser durchbricht. Hm. Ist aus der Luft sicher leichter zu sehen. Schauen wir mal, ob das aus der... Was ist das? Eine Art Schrein für Londra. Bestimmt ein Zeichen der Ergebenheit von Piriks Schlägern. Schade, kann ich nicht kaputt machen. Heiß wie eine Osseram-Schmiede, würde Ehren sagen. Dann schauen wir mal. Uh, oh. Wee, 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 wee. Ich muss sagen, dass ich auf dem Vogelfliegen deutlich besser finde, als nur mit einem Boot unterwegs zu sein. Zerklüftete Ruinen im Wasser könnten die Zähne der See aus Piriks Notiz sein. Ist dann die Riesenstahlschlange. Sollte irgendwo im Süden sein. Im Süden. Da sind viele Krokodile. Diese alten Schienen, die aus dem Wasser ragen, sehen fast aus wie eine Schlange. Vielleicht der Ort aus Piriks Notiz. Ich muss also an der Ruine vorbei nach Süden. Den Sonnenaufgang. Okay, machen wir. Vielleicht hasst er mich dann ja nicht mehr so sehr. Diese Ruine. Bestimmt Piriks Lager. Ich muss Land finden. Der Notiz nach wird es kein herzlicher Empfang. Ich muss auf der Hut sein. Auf die Reiterin! Voila. Habt dich im Gesicht! Ich bin bereit. Flieg, Vogel, flieg! Sofort ausführen! Sie haben ein Phantom. Oh, eindeutig Londres, Leute. Da reinfeuern! Wir treffen sie! Schau mal, du... ...Schwanz durch. Hauptsache, mein Vogel ist jetzt in Sicherheit. Den möchte ich nämlich nicht durch Zufall verlieren. Ne, mein Vogel... ...K�leiner Vogel flieg... ...warte mal. Na los! Nein, 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 nein! Ich töne vor allem mal! Ich töne vor allem mal! Aber... So. Okay. Los, komm, wir müssen weg, wir müssen weeeeg! Oh Gott. Ich will den Vogel nicht verlieren. Wimmel, Herrgott, nochmal. Vogel. Warte, nein! Ne, warte mal. Danke. Ich will diese Fracht da haben. Und dann muss ich dich leider zurücklassen. Kann ich dich reparieren? Okay. Du bleibst hier, ja? So. Aber ich wollte die neue Waffe ausprobieren. Ich weiß, ich bin jetzt relativ weit weg geflogen, aber ich habe keinen Bock, dass die mir den Vogel umbringen. Und der Vogel hat mir auch grandios bewiesen. Dass sie sich nicht in Sicherheit hat. Ich will nicht in einem Käfig enden. Das ist schön für dich. Säure frisst sich direkt durch das Metall. Ach, alles die Schuld der Barbaren, ja? Na dann. Tragisch. Kann ich pfeifen? Ne, ne? Pyrrhic sagt, Water belohnt uns. Aber ich denke nicht, dass er weiß, dass es uns gibt. Okay, einer weniger. Hm. Ja, ne? Scheiße. Ein paar viele, ne? Oh no. Das ist... Ich fang gerade erst an. Nein! Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. So lässt es nicht gehen. Au. Aber weißt du, da weißt du was. Also ob das jetzt gut ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, nee, 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 nee. Sorry, aber nein. Ah! Ah! Ich finde es gut, dass er immer selbst getroffen wird, obwohl er ja eigentlich auf mich drauf möchte. Ja, hab ich getroffen. Ja, ne? Hab ich getroffen. Wo haben die eigentlich das Phantom her? Ah, komm, auf den Kopf zielen. Das ist ziemlich unfair. Ich muss gar nichts von mir, aber erledigt. Ich muss mich mal loswerden, aber er hat. Ich muss dich mal loswerden, kurz. Ah! Das läuft eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Es ist bedeutend leichter als der Kampf gegen diesen Cess oder wie der hieß. Ja, danke. Heute nicht. Sie lebt immer noch. Trink, 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 trink. So. Sehr gut. So, jetzt muss ich mal gucken, wo sind sie denn jetzt alle? Ach, Romm, ist okay, der Mist. Ich hab den noch getroffen. Aha. Na, so kritisch ist jetzt alles ja auch gar nicht, ne? So, hi. Na, boys and girls, wie geht's euch? Kontakt, Kontakt. Kontakt kommt. Ja, du hast einen Pfeil von mir abgekriegt. Das würde ich auch Kontakt nennen. Definitiv. Schrauben. Aber keine Sorge, ich komm zu dir hoch. Geh raus. Los, reinfeuern. Schieß ruhig in den Rauch, das ist kein Thema. Ich bin hier. Er hat sich so toll gefühlt, ehrlich. Nein. Und kritisch. Oh, tat's weh. Ich hoffe, es tat weh. Und hallo. Na? Ja, mach ich doch gerade. Moment. Und zack. Zack. Und zack. Oh. Ein bisschen aufladen. Und. Oh. Nochmal ein bisschen aufladen. Oh. Ja, ja. Vortrefflich gemacht. Oh. Aber nicht ganz so vortrefflich wie ich. Oh. So. Sehr gut. Ich würde sagen, das war sehr effektiv, was ich hier alles so gemacht hab. Jetzt geh ich... Die nehm ich mit. Moment. Ich befreie euch gleich. Ja. Ihr seid sowieso die, die so gar nicht dankbar mir gegenüber sind. Also ist es in Ordnung. Opa la. Metallabbrus. Na dann. will ich das wirklich alles haben? Ich weiß es nicht. 150. Wie ist hier alles so schön vor sich hinrollt? Ähm. Oh, da ist eine Höhle. Was gibt es denn in der Höhle? Eine Gwen-Ausgrabung. Die gucke ich mir gleich an. Gwen. Gwen. Egal. Als so eine Ausgrabung, Leute. Uh. Und hier? Nichts für mich? Na gut. Gott. Jetzt hole ich euch raus. Versprochen. Wie? Was? Wo sind die denn? Was ist denn los? Das verstehe ich nicht. Du bist die Fremde, die Seth getötet hat. Ja. Bist du hier, um auch Pirik zu erledigen? Denn wenn ja, helfe ich dir gern. Er tötete meinen Freund auf dem Weg hierher. Was ist passiert? Das war doch nicht Lan, oder? Nein. Er wehrte sich, als Pirik uns zusammentrieb. Und dieser Rohling statuierte ein Exempel an ihm. Wir sollten alle ein Teil von Walters schöner, neuer Welt werden. Was für ein Haufen Mist. Gib mir die kleinste Chance und ich mache Pirik fertig. Moment. Wurden alle Gefangenen befreit. Nur die hier oben. Es sind noch mehr unter der Erde bei Pirik. Okay. Lan ist wahrscheinlich auch dort, falls du nach ihm suchst. Nur zu. Ich gebe dir Deckung. Die sind hier ziemlich scharf drauf, um eine Begleitung zu geben, ne? Wo ist meine Begleitung denn jetzt? Gut, dann schauen wir mal. Ist hier jetzt meine Begleitung oder nicht? Irgendeine Idee, wo die Gefangenen sein könnten? Die Arbeiterquartiere waren praktisch auch Zellen. Vermutlich dort. Sobald wir drin sind, befreie ich sie. Die Gefangenen müssten hinter diesem Tor sein. Jemand muss das Tor offen halten. Hilf mir da rein, dann halte ich es für dich. Das sind alles Gefangene. Das verstehe ich nicht. Wir haben getan, was uns gesagt wurde. Okay. Was ist... Kameraden, jetzt seid ihr dran! Hilft uns, zurückzuschlagen! Wir stehen dir bei! Äh, was? Wir kämpfen an deiner Seite! Dann gehen nachsehen. Sie sollen bülsen! Äh, wa... Die Arnen leiten meine Peile! Ich hab die Ruhe genossen. Nur Heidlinge nutzen so eine Taktik! Ich hab die Ruhe genossen. Jetzt werdet ihr sehen! Ha! Ihre eigenen Waffen richten sich gegen sie! Wenn ich es mal treffen würde. Okay, und... Ich hab die Ruhe genossen. Ja! Ich hab die Ruhe genossen. Ich hab die Ruhe genossen. Keine Gnade! Alter, du triffst mich? Nein, na, hier geht's. Au. Naja, ich weiß ich jetzt nicht, was ich weiß. Die Grennen sind gar nicht so schnell, wie ich ehrlich bin. Ich hab beide erwischt! Wer ich? Oder nicht? Ich zeig schon die ganze Zeit Schneid, ja? Da kommen mehr Soldaten! Ich zeig schon! Wie sieht die Bomben? Wo denn? Yo, na? Aber der Schmerz ist klar! Au! Au! Du bist meinen Pfeile nicht gewachsen! Naja... Ah! Ah! Der Dicke hat's ganz schön drauf! Ah! Alter! Alter, was? Au! Du bist erledigt! Bin ich gar nicht! Au! Was schlägst du ein Mädchen, das kleiner ist als du? Und ich will dich tot sehen! Nein! Oh! 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 Ah! Alles klar. Keine Spur von Perik oder den letzten Gefangenen. Sein Quartier ist im obersten Stock. Für gewöhnlich verschlossen. Wir kommen schon rein. Na gut. Wir brauchen einen Schlüssel. Sehen wir uns um. Ja, Tränke dabei. In dem Büro. Ein Schlüsselmodul. Vielleicht kommen wir da mit in Periks Quartier. Oh. Wir sind ganz schön viele Anhänger. Das nehme ich mit. Ne, das nehmen wir nicht mit. Den Ahnen sei Dank. Unsere Tage auf See sind noch nicht gezählt. Ja, so kann man das wohl sehen. Und ich überziehe wieder. Also wir schauen uns nächste Folge mal an. Wer Perik so ist und wie ich ihn besiegen kann. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein. Wir schauen uns um. He Mimi schauern. So viele hospen dien. . Bis zum nächsten Mal. Oh.